Mal wieder ein nettes Kaizo-Light-Level von einem deutschen Creator, derzeit einer meiner Lieblings-Creator, der Lenny, seine Levels machen echt Laune, kann ich gut empfehlen, auf den Checkpoint aufpassen, Fischi nehmen wir auch mit, herrlich, und jetzt mein Hassgegner, die Bomben. Oh Gott, die Bomben, noch ein paar nette Spin-Jumps, und da haben wir den Yoshi, den lassen wir zurück.